Oh, gucci, 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 gucci. Endlich ist sie fertig. Die Mauer, die ich bauen will. Was jetzt noch fehlt, ist das Ganze einmal hier rundherum. Wie kann ich machen, dass das funktioniert? Es wäre wirklich gut, wenn es da was gäbe, womit ich das Ganze hier kopieren und dann hier einfügen kann. So etwas wie ein Edit-Programm, etwas zum Editieren, Editieren, Editieren. Zum Glück bist du da, Edit-Man. Ich brauche deine Hilfe. Ich weiß nicht, wie ich diese Mauer dorthin kriegen soll. Kannst du mir helfen? Bitte! Jo, nicht verzagen, mein kleiner Freund. Ich habe dir was mitgebracht. Ich bin der World-Edit-Man und ich erkläre dir jetzt, wie du World-Edit benutzen kannst, um deine Mauer da drüben überall hinzustecken, wo du willst. Oh, das hört sich mega gut an. Perfekt. Aber, wie bei so vielen Dingen, fangen wir ganz, ganz, ganz am Anfang an. Denn, ähm, du brauchst sowas hier. Normalerweise würden wir denken, oh, eine gammelige Holzachs, was soll ich damit? Aber mit dieser Axt hier kannst du im wahrsten Sinne des Wortes Berge versetzen. Ist die Frage, wie kommst du an das Ding dran? Du kannst dir das natürlich jetzt einfach aus dem Creative-Inventar rausziehen, aber du kannst auch mit dem Befehl slash slash wand, also wand, kannst du dir dieses, ähm, Tool ziehen, weil manche Server haben da auch tatsächlich andere Tools. Das muss nicht immer die, 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 die Holzachs sein. Okay. Dann ist es auch was anderes. Gib den Befehl einfach mal ein und dann, ähm, wenn du die Axt hast, dann, ähm, ja, geht's weiter. Und die hab ich. Da steht auch schon der erste Tipp, sehe ich gerade. Linksklick, setze Position Nummer 1, Rechtsklick, setze Position Nummer 2. Genau, das ist tatsächlich auch, jetzt macht Böldet ja auch noch meine Arbeit, das ist tatsächlich eigentlich auch schon der beste Punkt. Also links klicken kannst du einen Block schlagen, um eine erste Position zu setzen und rechtsklick kannst du eine zweite Position setzen. Das Ganze wollen wir einfach mal ganz kurz testen. Ich werde dir hier mal zwei Blöcke platzieren. Kannst du einmal hier an dem roten Block deine erste Position setzen und an dem grünen Ballblock deine zweite Position setzen. Und das mit Rechtsklick, äh, mit Linksklick habe ich jetzt die erste gesetzt und mit Rechtsklick die zweite. Genau, das wird der Roten im Chat immer angezeigt. Du hast einmal First Position, einmal Second Position. So, jetzt musst du dir quasi vorstellen, dass du zwischen diesen beiden Blöcken hier, dass du hier ein, 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 ja, Viereck geschaffen hast. Das sieht quasi dann ungefähr so aus. Also dieser ganze Bereich hier innen drin, der ist jetzt quasi von dir markiert. Jetzt wollen wir mal eines der einfachsten Wörterbefehle benutzen, den es überhaupt gibt, nämlich den Set-Befehl. Wie man, der Befehl schon sagt, platziert man da mit Block, man setzt etwas, ja. Und dafür gibst du ein, auch wie viele Föllebefehle, Slash, Slash, Set. Das ist quasi der, der, ja, Befehl, Slash, Slash, Doppel-Slash, immer das, was du brauchst für jeden Wörterbefehl. Und, ähm, danach gibst du einen Block deiner Wahl ein. Also, am einfachsten ist, ist erstmal Gras einzugeben. Also, Gras, musst du mal immer Englisch schreiben für die Minecraft-IDs. Und dann wirst du sehen, dass du, wenn du Slash, Slash, Leerzeichen, also Slash, Slash, Set, Leerzeichen, Gras eingibst, dass du dann hier, ja, eine kleine Graszeichen platzieren kannst. Mhm. Gras-Block. Oh, ja. Oh, wie nice. Perfekt. Genau, es kann auch sein, der hieß tatsächlich jetzt Gras-Block, aber normalerweise solltet ihr die Minecraft-Auto-Vervollständigung da auch schon tüchtig unter die Arme gegriffen haben. Ja, hat sie auch schon. Ich hab das auch schon gemerkt, so, ja. Ansonsten hättest du nämlich wahrscheinlich jetzt, wenn du nur Gras angegeben hättest, ähm, glaube ich, Pflanze gekriegt. Normale, normalen Pflanzen, ähm, gekriegt. Aber das hätte auch funktioniert. Genau. Jetzt kann man diesen Bereich, jetzt, wenn du jetzt sagst, oh, ich hab nicht den Block vertan, ich will das, wollte das überhaupt nicht machen, gibt's immer eine Möglichkeit, solche Befehle auch wieder rückgängig zu machen. Und zwar mit dem sogenannten slash slash undo-Befehl. Wird undo geschrieben. Ich sag das einmal. Wird auch schon vorgeschlagen. Sehr gut. Perfekt. Dann mach ich das mal. Genau. Und dann siehst du, da wird alles wieder rückgängig gemacht, so wie ich's vorher war. Wenn du jetzt aber sagst, naja, eigentlich hab mir das doch ganz gut gefallen, ich will jetzt also wieder, wieder, also es rückgängig machen, rückgängig machen, dann gibt's den Befehl redo, also R-E-D-O und damit kannst du das rückgängig gemachte wieder rückgängig machen. Redo. Perfekt. Genau. Also das sind so die beiden Varianten, wie du Dinge, ja, die du fälschlicherweise oder, ja, verfehlterweise irgendwie gemacht hast, wieder rückgängig machst oder auch wieder rückgängig machen, das rückgängig machen, falls du es doch wieder so haben willst, wie du es, ähm, ja nicht gehabt hättest. Und ich hab gerade gesehen, man muss immer Slash, Slash, also immer zwei Slash eingeben in dem Fall. Genau, das ist so in den allermeisten Fällen der Fall, aber es gibt auch immer Ausnahmen. Ausnahmen bestätigen wir ganz die Regeln, aber das würde jetzt viel zu weit greifen. Wir sind ja schließlich noch ganz am Anfang. Genau. Beginners. Genau. Jetzt haben wir gesehen, funktioniert das, funktioniert das aus, ich sag mal, so einer flachen Ebene ganz gut. Bitte gib noch einmal Ando ein. Das funktioniert natürlich aber auch nicht nur in so einer flachen Ebene, sondern theoretisch auch in einer erhöhten Ebene. Wenn du jetzt sagst, du willst das Ganze weiter nach oben haben, dann kannst du, wenn du hier deine Position nochmal neu setzt, einmal Position 1 und 2 auf diesen beiden Wollblöcke hier platzierst. Also so wie vorne? So links klick. Und hier rechts klick. Rechts klick, ja. Dann hast du jetzt einen Bereich, der hier diese gesamte Fläche umfasst. Das heißt, der Bereich ist deutlich größer und auch in der Höhe. Wenn du jetzt nochmal wieder einen Setbefehl eingibst, wirst du merken, dass der Bereich viel, viel größer ist. Also dann wirklich immer im, weil man macht ja die Ecken in dem Fall immer, damit man wie einen Würfel hat. Genau, es wird immer ein Würfel erstellt, es sei denn, man stellt den Modi um, aber auch das greift jetzt erstmal viel zu weit. Mhm. Aber grundsätzlich, World of Dead standardmäßig immer auf Würfel fokussiert, passt ja auch ganz gut zu Minecraft und damit kannst du dann erstmal Sachen markieren. So, warum ist das Markieren überhaupt so wichtig? Markieren ist deshalb wichtig, weil alle World of Dead Befehle, die du in der Regel eingibst, immer ausgeführt werden, innerhalb der Markierung. Ja, das heißt, nur Sachen, die du markierst, werden im Endeffekt auch von World of Dead beeinflusst. Alles, was außerhalb deiner Markierung ist, bleibt von World of Dead völlig unbeeindruckt. Also wenn ich jetzt was anderes markiere, heißt das auch, dass das da nicht mehr markiert ist oder habe ich dann beides markiert? Nein, dann hast du das hier nicht mehr markiert und würdest was Neues markieren. Die Markierung verschwindet immer. Deine neue Markierung ersetzt immer die alte. Aber das ist ein bisschen was anderes. Wenn du jetzt mal deine Markierung beispielsweise hier unten mal machst und würdest dort jetzt, würdest jetzt nochmal Ando eingeben, dann stellst du fest, dass der Bereich hier zurückgesetzt worden ist, auch wenn deine Markierung nicht mehr dort ist. Das heißt, der Befehl Ando und Redo haben tatsächlich weniger mit den Markierungen zu tun, sondern tatsächlich mit dem, was du zuletzt gemacht hast. Mit der Aktion quasi. Genau. Das ist wirklich immer, wenn World of Dead etwas ausgeführt hat, kannst du es mit Ando oder Redo rückgängig machen. Da hat deine Markierung dann auch keinerlei Einfluss mehr. So. Dann, deine Mauer. Also wir wollen deine Mauer von dort, wo sie jetzt steht, mal irgendwo hier nach vorne bringen. Wir sagen mal, hier auf diese Linie hier, würde dir die passen? Das passt sehr gut. Perfekt. Dann ist jetzt eine schöne Sache, die man ganz gut auch mit der Belated Axt auch machen kann. Die ist ein bisschen sneaky, wissen viele ja nicht. Wenn du mal diesen Block hier wieder markierst mit der ersten Markierung und hier drüben den anderen Block markierst. Ja. Dann wirst du feststellen, weil wir jetzt hier auch in der parallelen Linie sind, funktioniert ganz gut, dass immer, wenn du hinter deiner Zahl stehst, also hinter deinem Chat steht Second Position Set und dann Two und dann stehen die Koordinaten in der Zahl und ganz hinten dran steht nochmal eine Zahl in Klammern. Bei mir ist es jetzt in dem Fall eine 19. Das sollte bei dir auch so sein. Ist auch eine 19, genau. Genau. Und diese 19 gibt an, wie viele Blöcke markiert worden sind. Ah, okay. Also das hier bis dorthin, inklusive diesen zwei Blöcken, sind 19 Blöcke. Exakt. Okay. Das ist ganz praktisch, weil das brauchen wir jetzt, wenn wir bestimmen wollen, wie weit wir die Mauer nach vorne ziehen wollen und ist einfacher, als die Blöcke einzeln abzuzählen. Also immer, wenn man in einer geraden Linie ist, kann man so auch ganz schnell mal, ohne jetzt große Befehle benutzen, sie müssen mal schnell ein paar Blöcke abzählen. Das ist ja mega praktisch. Genau. So, um die ganze Mauer jetzt bewegen zu können, müssen wir natürlich auch die gesamte Mauer markieren. Ja. Dafür gibt es, zu markieren gibt es zwei Möglichkeiten. Wir haben eine schon kennengelernt, das ist das mit der Axt. Ja. Das ist das, was wir kennen. Das heißt, du könntest jetzt hier unten beispielsweise diese Treppe hier mal schlagen, dass du hier unten die linke Ecke markiert bekommst. Ja. So, jetzt hast du aber ein Problem, weil wenn du jetzt hier oben, hier drüben den Punkt, du müsstest ja, müsstest ja theoretisch hier was markieren, aber du hast ja hier gar keinen Block. Jetzt kannst du machen wie ich und kannst hier einen Block platzieren, den du benutzen kannst. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit. Flieg mal hier auf diese Position hier hoch, wo ich gerade bin, also auf die Kante, wo du quasi deine Markierung haben wolltest. Noch ein bisschen nach oben, genau. Und dann kannst du den Befehl eingeben, slash slash post 2. slash slash. Wird auch schon vorgeschlagen. 2. Das hatte ich nur mehr an, dass das quasi meinen Rechtsklick ersetzt hat. Genau. Das ist also Position 1, also Post 1, Post 2 ist nichts anderes als das Markieren mit der Axt. Nur mit dem großen Unterschied, dass du dafür keinen Block schlagen musst, sondern dass immer auf dem Bereich von deinen Füßen stehen, eben deine Markierung gemacht wird. Das heißt, du hast jetzt quasi auch hier eine Markierung um dieses gesamten Objekt gemacht. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir diese Mauer nach vorne bringen wollen. Also eine simple Möglichkeit, die man erstmal denken würde, ist der sogenannte Move-Befehl. Move, weil man Dinge bewegt. Bewegt, genau. Der Move-Befehl funktioniert immer folgendermaßen. Du hast jetzt deine Markierung und alles, was in die Markierung ist, wird bewegt. Immer anhand der Blockzahl, die du danach in diesen Move-Befehl eingibst. Jetzt ist die Frage, wohin bewegt sich das ganze Ding denn überhaupt? Am einfachsten ist es erklärt, immer in die Richtung, die du schaust. Ja, das heißt, wenn du dich jetzt hier auf deine Mauer stellst und gibst beispielsweise mal ein Move die 19, die wir hatten. 19. Mhm. Dann verschiebt sich deine Mauer nach vorne. Ah. Also wenn ich in diese Richtung schauen würde, wäre sie nach dort hinten gegangen. Genau, du kannst ja mal ein Undo machen und das gleiche einfach nochmal probieren. Okay. machen wir das nochmal. Schauen wir mal hier. Move 19. Oh, das ist ja mega gut. Das ist gut zu wissen. Genau, und so kannst du quasi ganz einfach Sachen bewegen. Mach bitte aber noch einmal Ando, weil ich zeige dir jetzt noch andere Möglichkeiten, wie wir das Ding auch bewegt kriegen würden. Mhm. Was wir jetzt machen ist, du kannst jetzt mal dich hier auf diesen grünen Wollblock stellen und gibst den Befehl slash slash cut ein. Also cut für ausschneiden. Cut. Oh. So, jetzt ist die Mauer weg. Ja. Sie ist erfolgreich gelöscht, aber sie ist nicht wirklich weg, sie ist jetzt in deinem Zwischenspeicher gespeichert. Ach Gott, Zeitdach. Das heißt, du kannst jetzt einfach überall platzieren, wenn du willst. So, und dafür stellst du dich mal auf grünen Wollblock hier und gibst ein slash slash paste. Paste geschrieben. Denke ich immer ein bisschen an Nudeln, hat aber nichts damit zu tun. Slash slash spaghetti. Slash slash spaghetti. Genau, und schon hast du deine Mauer auch wieder da. Ja. Jetzt die Frage, warum ist die Mauer, die Mauer wird immer genau dort auch wieder platziert, wo du sie in Relation zu dem Gebäude ausgeschnitten hast. Ja. Das heißt, wenn du jetzt hier oben an der Ecke gestanden hättest, hier und hättest die Mauer kopiert, würdest du dich dann auf den Boden stellen, dann wäre die Mauer im Boden, weil sie von der Höhe aus her hier unten dann in den Boden gesteckt worden wäre. Ja, das heißt, selbst beim Kopieren oder beim Ausschneiden von Dingen immer darauf achten, wo man hier sich hinstellt, um die Sachen zu kopieren. Meistens ist es empfehlenswert, sich nicht irgendwo random in der Luft zu platzieren, sondern irgendwo an einem guten Punkt beispielsweise exakt in der Mitte von dem Gebäude bis zu platzieren, dass man auch ungefähr genau weiß, wo man das Ding am Ende auch hin platzieren will. Also genauso, wenn ich jetzt hier hinstelle mich und das kopiere und dann irgendwo anders einfüge, sollte ich genau denselben Bild aus Schnitt wieder haben. Also das heißt, dass ich dieses Eisengitter vor mir habe, etc. Exakt. Okay. Genau das. Es macht zwar also keinen Unterschied, welche Richtung du guckst, aber es macht dann durchaus einen Unterschied, ja, wo du quasi deine Figur am Anfang hattest. Das ist schon relevant. So, jetzt hast du bisher aber nur eine halbe Mauer. Die wollen wir jetzt mal noch vervollständigen. Ja. So, deine Markierung ist jetzt weg. Deine Markierung ist ja noch hier hinten. Das heißt, du wirst die Mauer erst mal wieder neu markieren müssen. Das kannst du einmal machen. Und jetzt sollte sie markiert sein. Korrekt. Was wir jetzt machen, ist die Mauer kopieren und auf die andere Seite spiegeln. Mhm. Also jetzt wird es schon mal ein bisschen komplizierter. Und zwar, wenn du Sachen kopieren und spiegeln willst, ist vor allem, bevor du kopierst, weil wir gerade festgestellt haben, dass es ja wichtig ist, wo man steht beim Kopieren, entscheiden, dass du dir erst mal eine Spiegelachse aussuchst. Also irgendwo, ein Punkt, wo du sagst, da will ich die Mauer spiegeln. Das wäre in dem Fall der Punkt hier. Ja, das wäre quasi die Mitte der Mauer. Wir spiegeln also die Seite hier dann hier rüber, sodass dann die Elemente hier drüben irgendwie so sitzen. Das wäre der Plan. So, das heißt, du würdest deine Mauer jetzt auch an diesem roten Punkt hier einfach mal dich da drauf stellen und mal kopieren. Zu kopieren gibst du, also du hast ja für den Slay Slay Cut eingegeben, aber wir wollen in dem Fall die Mauer ja nicht mit ausschneiden und löschen, sondern nur kopieren, gibst du einfach Copy ein. Spielt das eine Rolle, wo ich hinschaue? Nein. Okay. Steht beim Kopieren und Copy. Ja. Jetzt müsste normalerweise auch in deinem Chat stehen, wie viele Blöcke du kopiert hast und das, was kopiert worden ist, wenn du es richtig gemacht hast. Genau. 630 Blöcke betroffen. Null Biominal Entities. Perfekt. Jetzt kommt der spannende Part. Jetzt wollen wir das Ding spiegeln oder auch flippen. Du wirst es jetzt quasi einmal auf die andere Seite. Da wird es wieder relevant, wo du hingucken willst. Du musst jetzt bedenken, du willst die Sache von hier nach dort flippen. Das heißt, du guckst in die Richtung. So. So, und jetzt gibst du ein Slay Slay Flip. Das da. Flip wird auch wieder vorgeschlagen. Da denke ich auch immer was zu essen. So. Jetzt ist, wie du siehst, noch nichts passiert, weil der Flip-Befehl kein Befehl ist, der wirklich was ausführt, sondern der macht das im Hintergrund. Das heißt, der hat jetzt deine Zwischenablage, das was du kopiert hast, für dich einmal gespiegelt. Aber sie hat sie noch nicht platziert, weil platzieren, das macht nur der Paste-Befehl. Dafür musst du wieder die Spaghetti in den Chat eingeben und dann wirst du hier sehen, dass hier ein gespiegeltes Gebäude geht. Heißt Spaghetti. So, fertig. So, das war doch hoffentlich jetzt gar nicht so schwer. Nein, das war einfacher als gedacht. So, jetzt haben wir hier aber noch so eine elendige Lücke, die wir füllen wollen. Das könnten wir jetzt natürlich händig machen, aber wir können das natürlich auch mit Validate machen, wenn wir es schon haben. Und ich würde vorschlagen, dass wir das Ding einfach hier oben bis zum Rand mit diesem Packteis füllen, dass es einfach hier oben dann geschlossen ist. und dafür würdest du einfach mal diesen Zwischenbereich hier, also quasi von hier unten bis nach hier oben einmal markieren. In der Regel benutze ich sogar sehr oft Hilfsblöcke, es ist meistens schneller als mit Post 1, Post 2, aber wenn man manchmal riesige Gebäude hat, bis man da irgendwo einen Block platziert hat, dann dauert das manchmal Stunden. So, hast du den Bereich ausgefüllt. Wenn du jetzt Set eingeben würdest, hätten wir ein Problem. Wenn ich jetzt Pass eingeben würde? Wenn du den Setbefehl benutzen würdest, hätten wir jetzt ein Problemchen. Du hast hier schließlich lapis lazuli-Blöcke, die wir nicht zerstören wollen. Mhm. Das Setbefehl würde die überschreiben. Ah, okay. Ja, logisch, ja. Weil es dann alles zu dem Block macht quasi. Exakt. Ich habe jetzt mal deine Hilfsblöcke mal wieder entfernt. Was wir jetzt benutzen, ist den sogenannten Replace-Befehl. Der Replace-Befehl, der... Der Replace-Befehl nehme ich an. Also... Genau. Wenn du den Replace-Befehl einfach mal kurz eingibst, ohne dass du irgendwelche Blöcke hinten dran spezifizierst, dann wird er dir sagen, dass da ein... Also in rot im Chat stehen Missing argument for und dann to und dann steht usage. Also jetzt einfach nur slash slash replace eingeben. Genau. Ohne mal irgendwas dazu. Missing argument for to. Genau. Genau. Und unter steht usage replacement from to. Das heißt, wenn man sich manchmal nicht sicher ist, was ein Befehl genau kann, wie man ihn benutzen muss, kann man ihn manchmal noch einfach ohne weitere Angaben eingeben und WorldEdit erklärt ihn dann wenig. Und da ist es ganz gut erklärt. Hier steht Replace from to, also von zu. So, in dem Fall wollen wir jetzt die Luft, also er, zu Packed Ice machen. Das heißt, wir geben eins, slash slash replace, Leerzeichen dann er und dann Leerzeichen Packed Ice. Packed Ice. Uh. So, und wichtig ist, dass deine, dass deine Lapis-Blöcke, die du hier in deinem Wanddesign hast, immer noch da sind. Die sind jetzt nicht mit überschrieben worden. Also es wurde tatsächlich nur die Luft, die da drin war, überschrieben. Was heißt, als erstes kommt das, was man ersetzen will und danach das, womit man es ersetzen will. Genau. Wie gesagt, wenn man sich da unsicher ist, einfach die Replace-Befehle mal so eingeben, dann kann man es nochmal nachlesen. Da steht from to, also von zu. Mhm. So, jetzt haben wir die Mauer ja an und für sich so als Segment mal vervollständigt. Jetzt machen wir mal hier, dass wir die Mauer quasi verdoppeln. Wir könnten das Ding jetzt kopieren, das ist eine Möglichkeit, die haben wir gerade eben gelernt. Kopieren würde funktionieren. Aber ich würde vorschlagen, dass wir es mal nicht kopieren, sondern den sogenannten Stack-Befehl nutzen. Okay. Denn der Stack-Befehl ist, muss man sich vorstellen, man steckt, man steckt verschiedene Sachen aufeinander. Das heißt, man nimmt eine Markierung und lässt sie hintereinander sich wiederholen. Das ist ja quasi das, was deine Mauer hier macht. Genau. Dafür suchst du dir den Mauerabschnitt aus. Jetzt musst du ein bisschen aufpassen. Du hast ja deine Mauer, wenn du jetzt den Abschnitt von hier nach da nimmst, dann bekommst du hier am Ende, du musst immer bedenken, der Block hier, beziehungsweise der Block hier, hier die Seite, würde ja direkt, ich mache mal eine andere Farbe, der Block hier würde direkt wieder hier drüben angefügt werden. Also dann hätten wir zweimal dieses Mittelsegment quasi. Dann hätten wir zweimal das hier, das würde dann ungefähr so aussehen, das wollen wir nicht. Das heißt, wir müssen ein bisschen mitdenken beim Markieren, dass wir nur den Teil bis hier markieren, damit wir dieses Segment dann weitergeführt bekommen. Okay, ja. So, das heißt, du würdest einmal die volle Breite dieser Mauer markieren, von hier bis nach da drüben. Bis nach unten, logischerweise. Also von hier oben bis nach hinten. Bis dann zu den Treppen wieder. Genau. Jawohl. So, beim Stackbefehl ist es auch so, dass du sehr entscheidend ist, wo du hinguckst. Das heißt, je nachdem, wo du hinguckst, ähnlich wie beim Movebefehl, dorthin wird die Aktion ausgeführt. Es gibt zwar auch Möglichkeiten, das nochmal manuell einzugeben mit Norden, Süden, Westen, Osten, aber wenn man ehrlich ist, ist es meistens viel zu kompliziert. Das heißt, du kannst einfach mal sagen, du willst die Mauer in die Richtung da stacken. Das heißt, dann gibst du ein Slash Slash Stack. Du brauchst auch gar keine Zahl oder irgendwas einzugeben. Einfach mal nur Stack. Nur Slash Slash Stack. Mhm. So, weil standardmäßig macht World-A-Date aus Slash Slash Stack immer eine 1. Das heißt, in dem Fall hat es jetzt einmal gestackt und du siehst, deine Mauer ist größer als vorher. Ja, definitiv. Wenn du sie jetzt noch größer haben wollen würdest, könntest du auch noch eine Zahl hinter Stack eingeben, beispielsweise eine 2 oder eine 3. Ah, dann fügt er 2 dieser Elemente logischerweise, die wir markiert haben, ein. Genau, immer hinter der Markierung. Deine Markierung war ja hier und das heißt, er hat jetzt hier 1, 2 Elemente hinten dran gesetzt. Mhm. Das vereinfacht so vieles. So, jetzt würde ich vorschlagen, du stackst das aber noch ein weiteres Malen. Mhm. Ja, Null Blöcke wurden geändert. Nee, du musst dann eine höhere Zahl eingeben. Du stackst immer von deiner Ursprungsmarkierung zweimal. Wenn du sie jetzt schon zweimal gesteckt hast, verändert sich nichts. Ja, jetzt dazu. Achso, das heißt, stack 2, dann diese 2 und wenn ich noch ein weiteres will, stack 3. Dann macht es nicht dreimal, sondern setzt einfach noch das eine, dass die 3 komplett wird. Genau, eben, weil deine Markierung hat sich nicht verändert. Wie wir gemerkt haben, deine Markierung ist dieselbe. Das heißt, von der Markierung aus werden 2 platziert und wenn du noch ein drittes haben willst, musst du halt ein drittes dranhängen. Oder deine Markierung nach vorne schieben, aber das wäre auch wieder viel zu umständlich, als einfach schnell die Zahl zu verändern. So, jetzt hast du hier ein großes, schönes, langes Stück Mauer, das, wenn du möchtest, dir auch gerne zu einem Viereck bilden können. Ja, sehr gerne. Das wäre der Sinn einer Mauer. Was ich jetzt hier einfach mal machen werde, damit wir hier irgendwie einen guten Punkt kriegen, ist mal hier noch Ecken freizulassen für mögliche Türme. Und die ziehe ich jetzt einfach mal hier ganz schnell mal nach oben, dass wir hier irgendeine Grundlage haben. So, das macht es nämlich auch ein bisschen einfacher. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite jetzt auch nochmal. Setze hier mal schnell einen Wollwürfel hin. Übrigens auch mit dem Setbefehl wieder gemacht. Das werden also irgendwann mal zukünftig unsere Türme werden. Jetzt wollen wir die gesamte Mauer nach drüben kopieren und auch rotieren. So, dafür nimmst du am besten dir mal diesen Treppi unten als erste Markierung. Gemacht. Und als zweite Markierung nimmst du dir diese Ecke hier vorne. Die da. Jawohl. So. Und jetzt gehen wir hier wieder zurück zu dem ersten Turm, den wir hatten. Den nutzen wir jetzt als unseren Eckpunkt. Dann stellst du dich am besten mal einfach hier in die Mitte hin und gibst ein Slash Slash Copy. Das habe ich gemacht. Hat funktioniert. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir gleich einen Denkfehler machen oder nicht. Denn wir werden jetzt mal hier rüberfliegen auf die andere Seite und werden hier auch einmal hinstellen und dann werden wir aber erst mal die ganze Sache einmal rotieren. Dazu geben wir ein Slash Slash Rotate Rotate Dann ein Leerzeichen und dann 90. 90 steht in dem Fall für 90 Grad. Aus dem rechten Winkel in dem Fall. Genau. Und dann hast du einmal einen Paste. Ja, Enter, genau. Zwischenablage wurde gedreht. Sehr gut. Genau. Das ist genauso wie beim Flip-Befehl. Der macht noch nichts, der Befehl. Der macht nur was mit deiner Zwischenablage und jetzt kannst du quasi mit dem Paste-Befehl was einfügen. Paste? So, und jetzt sehen wir nämlich ein Problem. Jetzt haben wir die Sache ja vollkommen falsch rum rotiert. Okay. Müsste eigentlich auf die gesamt andere Seite sein. So, was machen wir jetzt? Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du würdest die Sache jetzt in die andere, also erst mal wieder Undo eingeben, natürlich. Mauer weg ist, weil so wollen wir sie ja nicht haben. So, jetzt könntest du die Mauer entweder in die Richtung flippen, das würde gehen, haben wir ja vorhin gelernt, eine Seite von hier drüben auf die andere Seite spiegeln, oder aber, das geht auch, du hast die Sache jetzt um 90 Grad gedreht, jetzt steht sie hier drüben. Mhm. So, das heißt, wenn du die Sache jetzt hier auf die Seite drehen willst, kannst du mit weiteren 180 Grad, richtig, mit weiteren 180 Grad die Sache einfach hier rüber kopieren. Also mag ich jetzt, Slash Slash Rotate 180. Genau. Slash Slash Paste und tadaa, schon ist die Mauer hier drüben. Und da ist sie. So, und wenn du jetzt aber hier rüber gehen wollen würdest, dann hättest du ja wieder das Problem, dass wenn du jetzt, müsstest du jetzt 270 Grad eingeben, damit du auf die Stelle kommst, wo du hin willst. Mhm. Das ist ziemlich müßig, ja, denn Worldedit rotiert immer im Uhrzeigersinn. Wir hätten natürlich, wenn wir uns einfach das andersrum kopiert hätten, von einem anderen drum angefangen und viel erspart, aber dann hättest du da halb so viel gelernt. Richtig. Von daher gehen wir jetzt mal hier hin und wir rotieren die Sache gerade wieder, aber diesmal nicht um 90 Grad, sondern um minus 90 Grad. Minus 90. Das geht auch mit Minuszahl. Zum Beispiel bin ich gerade richtig mit minus 90. Wir probieren es aus, wir testen es einfach mal und gucken mal, wo wir landen. Und dann wieder Paste? Dann wieder Paste. So, mit minus 90 Grad landen wir doch genau da, wo ich hinwollte. Ha! Perfekt, ich bin so klug. Als hättest du es gewusst. Als hätte ich es gewusst. So, und das machen wir jetzt einfach nochmal. Also, von hier oder von da drüben, oder? Ja, von hier kann es ja nicht gehen. Also, geschwind, schnell zum anderen Turm und das gleiche nochmal. Ich habe jetzt mal keinen Hilfsblock mehr drin. Ja, ich nehme die Mitte, das geht schon. Also, jetzt aber nochmal um minus 90. Nochmal um minus 90. Seit 90. Und dann wieder Paste. zack. Wie cool. Wir haben einen Schlossgarten gebaut. Ja, und das innerhalb von ein paar Minütchen, was sonst Stunden gedeutet. Ja, definitiv. Hatte ich ewig lange dran gehabt. So, und jetzt bist du eigentlich, sag mal so, so firm in den World Edit Basics. Ich meine, es gibt natürlich doch 100 Millionen Sachen, die ich noch zeigen könnte. aber, du bist jetzt erstmal firm genug, dass du hier, glaube ich, zurechtkommst und ich habe natürlich noch andere Leute auf mich warten, die auch noch Hilfe brauchen. Ja, das ist ganz klar. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, World Edit Man. Die Hilfe war hervorragend und hat mich sehr, sehr viel weitergebracht und mir vor allem auch sehr viel Zeit gespart. Was ihr Fragen an den World Edit Man habt, schreibt sie mir doch gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, das Video zu liken, das Nabo da ist kostenlos. Hashtag Edit Man in die Kommentare und nun würde ich sagen, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Video. Euer World Edit Man und Tiddlecraft.